Kienbaum ist nicht nur ein kleines Örtchen in Brandenburg, es ist vielmehr ein hoch angesehenes Leistungszentrum deutscher Sportgrößen. Ob Staffel, Vize-Europameister Lukas Jakubczyk vom SCC Hammer Queen, Berti Heidler oder das Aushängeschild der Leichtathletik Robert Harting vom SC Charlottenburg, sie alle sind oft und gern gesehene Gäste. Doch am ersten Adventssonntag ging es um andere Protagonisten. Das Ziel der Veranstaltung war, wir sind ein Team, wir wollen sozusagen als Berlin-Rechtigverband, sowohl im Bereich der Übungsleiter, Trainer sozusagen, als Team enger zusammenrücken und unsere Athleten entsprechend formen. Und wir haben den Übungsleitern hier sozusagen Fortbildungsangebote an die Hand gegeben, um vor Ort in den Vereinen besser arbeiten zu können. Besonderes Highlight des Tages war unter anderem das Praxisbeispiel Inklusion im Sportverein, der Rollstuhl als Sportgerät. Hier konnte sich jeder gleichermaßen ausprobieren und lernen, dass ein Rollstuhl nicht einzig und allein als Hilfe für Personen mit Handicap geeignet ist, sondern gleichzeitig ein aktives Sportgerät sein kann. Hier kann in mehreren Workshops und an mehreren Stationen im Prinzip rund um das Thema Leichtathletik, Inklusion im Sport, Talentförderung viel gelernt werden. Und wir freuen uns, dass wir so viele neugierige Trainer haben, die eben hier punktuell sich weiterbilden wollen. Neben weiteren Lehrgängen mit geschultem Personal entwickelte sich der Workshop auch für Leichtathletik interessierte Kinder zum Erlebnis. In diversen Disziplinen konnten die jungen Sportler unter Aufsicht von mehr als 20 Trainern ihr Können unter Beweis stellen. Alles in allem, wo die pädagogische Offensive des Berliner Leichtathletikverbandes eine weit umfassende Bandbreite der Leichtathletik und offenbarte Kienbaum ist Leistungszentrum für deutsche Sportgrößen, aber gleichzeitig auch der Ort der Weiterbildung. Vielen Dank!